Sie gehören zu den glücklichen Menschen. Sie können überall hinreisen. Ja, Ma'am, in der Tat. Und manchmal nennt man sie Nomaden. Meine Mom sagt, Sie sind obdachlos. Ist das wahr? Nein, ich bin nicht obdachlos. Ich bin nur hauslos. Ist nicht dasselbe, habe ich recht? Ja. Mein Mann hat in der USG-Miene in Empire gearbeitet. Ich war fünf Jahre Aushilfslehrerin. Das ist gerade eine schwierige Zeit. Vielleicht sollten Sie in Erwägung ziehen, Vorrufstand zu beantragen. Ich brauche Arbeit. Ich arbeite gern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Willkommen im Badlands Bar. Das, was die Nomaden machen, haben die Pioniere damals auch gemacht. Hey, Fenn! Das Loch muss größer werden, damit das Seil passt. Fenn lebt eine amerikanische Tradition. Der kommt gleich durch die Scheibe. Wie sagte mein Dad so schön? Was nicht vergessen wird, lebt. Ich habe vielleicht zu viel Zeit meines Lebens mit... Fenn! ...dem Erinnern verbracht. Weißt du, was ich an diesem Leben am meisten liebe? Es gibt keine endgültigen Abschiede. Ich habe hier hunderte von Menschen getroffen. Und ich würde mich nie endgültig verabschieden. Ich sage zu allen nur, also, man sieht sich. Und das stimmt. Ich sehe sie wieder. Und in meinem Herzen bin ich sicher, ich werde meinen Sohn wiedersehen. Ich will diesen Film einfach sehen. Der sieht gut aus. Der hat viel Kraft. Der steckt viel Leben drin. Es ist eine tolle Musik. Und damit war es der neue Trailer zu Nomadland, den uns Walt Disney voraussichtlich ab dem 8. April 2021 in die Kinos bringen wird. Das ist zumindest noch der aktuelle Kinostar-Termin, der angesetzt ist. Aber diese sind ja aufgrund der aktuellen Situation auch immer mit Vorsicht zu genießen. Mit Frances McDormand in der Hauptrolle hat er den Oscar gekriegt für ihre saustarke Performance in The Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Hier soll sie nochmal stärker sein. Auf diversen Filmfestivals schon Preise abgeräumt wird hier die Geschichte von Fern erzählt. Der ist im Leben über mitgespielt worden. Ihr Mann, den hat sie verloren. Ihr Beruf, der ist auch nicht mehr da. Eigentlich schon fast ihr ganzer Heimatort ist nicht mehr da. Und deswegen zieht sie in einem kleinen Transporter quer durch die USA. Aber deswegen ist sie nicht obdachlos. Sie ist hauslos, wie Sie sagten. Das ist für sie ein großer Unterschied. Und sie will nicht in den Vorruhestand. Sie will arbeiten. Sie braucht Arbeit. Und damit wie eine Nomaden zieht sie durchs Land und lernt dabei aber viele Menschen kennen. Nimmt diverse Jobs an. Und deswegen ist es vielleicht auch ein Querschnitt der Gesellschaft, der dabei porträtiert werden kann. Und allein diese Aussage, dass man nie endgültig Abschiede nehmen will. Man sagt, man sieht sich, weil man die Menschen wirklich wieder sieht. Da steckt eben ganz viel Nähe drin. Und das hat was, was menschelt. Und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf Nomadland. Der erste ganz kurze Trailer und auch dieser hier sehen beide richtig gut aus. Und würde mich echt freuen, den auf einer Kinoleinwand zu sehen. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer zu Nomadland? Lasst mich gerne in die Kommentare wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen. Das war's W Bueno. Es ist sie till ehren haltfertig... Das war's W ini. Die lasciaten Ahnung. Das war's W